Boah, das ist richtig schwer. Warte, da muss ich echt hören. Gute Frage, ich hatte viele gute. War anscheinend nicht so toll, sonst könnte ich mich daran erinnern. Ein E-Piano. I like when I get something to do something, like go somewhere. So anything that has adventures in it, that's my favorite. Ein Thermomix. Eine Halskette von meinen Eltern. Ein E-Piano. Klingt zwar langweilig, aber es ist immer, wenn ich mit meiner kompletten Familie dann einmal im Jahr zusammenkomme. Weil wir schön zusammen essen und einfach die Zeit genießen. Mein Bruder und ich haben beide jeweils einen Fernseher bekommen, aber als Geschenk selber gab es nur ein Antennenkabel. Und wir dachten, du musst uns den Fernseher teilen, bis dann irgendwann mal der zweite Fernseher kam. Das war ganz witzig. Wahrscheinlich irgendwann mal ein Fußball. Da war ich kleiner, das war in der Nintendo 64. Schokolade. Nein, übrigens, schönstes Weihnachtsgeschenk war, damals meine Schwester war schwanger. Und das war das erste Mal und mit Weihnachten hat sie das bekannt gegeben. Mit Weihnachten hat sie das bekannt gegeben. Wie finden Sie ein professorsituation? Ich muss voorstellen über die Hölle. Ich hätte gerne weil es slide oder gesunde sein. Ich würde sagen.